Ah, das war fast keiner sogar. Ich muss mich nur fressen können, muss ich sagen. Ich treffe mir eh nix. Weil... Dazu, rechte. Letzte Board. Yee! Der wird eigentlich ziemlich lustig. Eine Mischung aus beiden, ja. Ich kann mir zu leidig fressen. Da hab ich nisch dran zu tun. Jesus. Hammer. So, ein Mock. Komm her. Komm her. Ich treme sogar hoch. Das passt dem König überhaupt nicht. Jetzt hab ich den Buse schon. Oh, der ist so kalt. Wie heißt der jetzt einfach so? Oh, der hat einen größeren Böner als du. Oh, jawohl. Oh, ein kleiner Böner. Ich... If you saw Big App, you show him. Big boy. Böner. 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 Oh, my giddy aunt. This is not good. I know you're not a vegetarian, but I think we should go for the meat and two veg. Looks like it needs a bit of tenderizing, though. You know what I mean? Das ist schlecht, wenn du den Schlauch anhebst. Das ist schlecht? Ja. Dann lass ich ihn ruhen. Scheiße, das wird nicht. Komm, hau zu. Ja, man traut er ja öfters. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ja, ja. Sag mal, ich weiß das gar nicht mehr, ich müsste noch eigentlich in den Arsch weisen. Ja, das schaut aber nicht gerade so aus. Ja, ich weiß. Ja. Was ist das, wenn du mir das Beschen runterlassen? Mahlzeit. So. Na, wie macht das denn? Ja, schön. Gibt es da nicht noch einen zweiten Command oder springt das tief nur? So, jetzt springen und beißen. Und jetzt nicht nur einen eigenen Command mit beißen. Ja, jetzt wissen wir, das war die Vergleichung. Z und E. Wenn wir zuerst vorne rein beißen, das kann man ja auch sagen. Jetzt mal noch springen. Sag mal, was war denn das? Was war doch das? Und mit dem B muss man nichts mehr machen. Ist das klappt nicht? Kann ich nichts machen. Ich bin wirklich... Ach man, was soll denn das? Das ist ein Schleimhaus-Sprachlis. Macht ja nichts. Ich bin Tau, Mann. Ich glaube, wir müssen echt wieder schneiden. Äh... Ah, da hat er zu krank gewissen, oder? Ja, schauen wir uns an, wo du mal gewissen. Ich muss es echt wissen, wie es losgeht. Das heißt, ich muss jetzt nur mit dem normalen B. Ja, schon, super ist das. Ja, aber der muss den Busch nicht verlieren. Was er nicht tut. Ja, allzu. Jawohl. Irgendein Stiebel. Pass doch zuerst nach vorne. Ja. Ja, nein. Schaut es mir deine Beine aus. Das ist der Beier-Arzt. Hallo. Hallo. Lieben. Spawnen auch nicht, oder? Weiß nicht. Ja, aber scheinbar. Okay, doch. Das ist gut. Was länger mit's Verpacken wieder. Auf mir. So. Au, 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 au. Ich fang so große Stücke auch noch. War noch ein Stiebel halt. Ein Stiebel? Ja. Ja. Wie erotischer ist er? Ach schwarz. nach dem es muss sich sehen oder nein hat er noch kraft auch noch den Ballen man schiefen Ich bin hier raus, ich bin hier raus. Ich bin hier raus und bin hier raus. Ich bin hier raus und bin hier raus. Ich bin hier raus, um den Schiff zu bekommen. Das ist ein Schiff. Na Nacht, wie beim Gehen wir die ... Ich bin hier raus, die ich nicht? Ich denke, wir sollten sich da und bezüglich die Leute zuternommen. Das ist der Ort, wie wir sagen, noch mal ich bin auch den anderen wie wir noch haben wir auch zerquetscht heikardin der Vorbereitungssysteme Wischungsmeldung 8 das ist die Kammerleiter Ja, ja. Dann mal hoch. Boop, babe. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. So. Ja, gleich sind wir am Ende unserer Parts für heute. Wo sind die große Baben? Hm? Paradies. Oh, du bist so cute. Hallo. Hallo. Ich liebe dich. Nein, nein, ich liebe dich noch mehr. Squidfudgie hat Jugga. Nein, nein. Was? Nein, nein. Wir können es tun. Squidfudgie hat Jugga's Herz. Nein, ich werde wirklich gut. Ich werde die neue Skrull. Ich werde die Drinks out. Whatever you've heard about me in Gaul, it's not true. I'm totally exaggerating. No. Jugga puts goodfudgie here. Jugga not like goodbyes. But bye-bye. You go. You go. Bye-bye, then. I love you always. Bye-bye. Oh, well. Oh. Every cloud has a silver lining. Super. Super. Ich glaube, jetzt muss ich was wieder zurück. Das wars dann. Ja, gut. sexters. Moment, wir gehen jetzt noch hoch. Holen wir jetzt das Geld? Ja. Lass mich erst mal ausreden. Ja, hallo! Ja, sag einmal! Wo kommen wir denn da hin? Die Schweizer Karte kommen wir da? Die Schweizer Karte? 爾. Ja,爾. 爾. 爾. Ich kenne einen Schweizer, Inder. Das ist ein Inder, der hat einen indischen Akzent, hat aber jahrelang in der Schweiz gelebt. Der spricht Schweizerisch-Inderisch-Deutsch. Oh mein Gott. Ja, mit Otter hinten dran. Das ist Wahnsinn, echt. So, Geld, Cash. Und dann kommen wir zu einem der beschissensten Parts, für die ich echt ein Gamepad brauche. Zum Krieg. Ja. Krieg, Krieg. Scheiße. Es hat mich übermannt. So, you want some great stuff? Es ist ja nicht so gemein. Ja, schon klar. Ja, meine Nerven. Ohne Mist, wenn jemandem das nicht passen sollte, sag das bitte. Das ist echt nur Rumpel-Blöderei. Ähm. Ach, puh. Wer hätte es gedacht. Da liegt auch Schokolade neben dem Pee. Aber. Gut, ne. Das war so ein perfekter Abschluss. Wir haben 1710. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hoffe es euch nicht. Ciao, ciao. Bis bald. Adieu. Tsch Tsch. Vielen Dank.